Eigentlich präsentieren sich die Aktienmärkte wahnsinnig stark und insbesondere beim DAX kann einen das vielleicht ein bisschen sogar verwundern, wenn man sich überlegt, na jetzt haben wir doch die Situation mit dem Gas oder vielleicht mit dem Nicht-Gas. Jetzt denken da einige, naja im Sommer habe ich es halt so warm, da brauche ich kein Gas, aber auch für die Industrie ist es relevant und man geht davon aus, dass das einen deutlichen Einfluss haben kann, wenn das tatsächlich der Fall sein wird, auf die Wirtschaft. Ob das soweit kommt, das werden wir alles sehen, aber im Moment sieht es ja mal danach aus, als ob man da sich nicht so richtig einigen kann, sondern man da eher auf Konfrontationskurs unterwegs ist im Sinne von, ihr müsst euch daran halten, das sind Verträge. Da kann man sich ein bisschen die Frage stellen, was sind Verträge überhaupt in der aktuellen Zeit? Ich meine, die Sanktionen sind ja auch wieder Verträge. Ob das nachvollziehbar ist in der kriegerischen Situation, Auseinandersetzung mit der Ukraine ist mal dahingestellt, aber es ist schwer zu sagen, naja, wenn das uns betrifft, dann dürfen wir das ruhig als Maßnahme in der aktuellen Situation. Wenn es aber euch betrifft, ja Moment, das geht da nun gar nicht. Also das kann man machen, wenn man friedlich zusammen beim Grillen sitzt, aber nicht, wenn man in so einer Auseinandersetzung sich befindet, wie wir es aktuell haben. Der Markt fasst es im Moment noch relativ ruhig aus, aber zumindest haben wir so ein bisschen ein Anzeichen dafür, dass vielleicht tatsächlich jetzt dieser Rücksetzer mal kommt. Vorsichtig, das ist keine Ankündigung, dass das jetzt so kommen muss und dass es danach nach oben geht. Das ist nur eine, sagen wir mal, eine Studie. So könnte das sein. So sieht das typischerweise sehr gerne aus, ob das so kommt. Das werden wir in den nächsten vielen Stunden sehen, ob das überhaupt eine Chance hat, sich in diese Richtung zu entwickeln. Dafür müsste es erstmal nach unten kommen und zumindest mal der DAX, der deutsche Markt, hat da zumindest die ersten Ambitionen mal gesetzt, denn wir sehen, dass wir wieder mal einen ersten Versuch hier haben auf der Abwärtsseite. Ist nicht der erste, wir hatten es hier schon mal, wir hatten es auch hier an einigen Stellen schon mal. Was aber hier maßgeblich gefehlt hat, ist, dass wir hier auch wackelig hochgehen. Ihr seht, das ist im Prinzip das Bild, was wir hier haben, nur umgekehrt. Wenn wir hier die korrektive Gegenbewegung hätten, würde das für eine Fortsetzung sprechen. Aber ihr seht schon, selbst dieses gleiche Ausmaß führt ja nicht notwendigerweise in diesen Bereich. Ich mache das mal einmal groß, dass ihr es vielleicht besser erkennen könnt. Klassisch wäre, vorsichtig, extremer Konjunktiv, dass der Kurs hier ungefähr 14.000 erreicht, 13.700, vielleicht auch noch 14.400, ein bisschen unterschreitet irgendwo dahin. Das kann ein bisschen höher sein, kann ein bisschen tiefer sein, aber das wäre so ein klassisches, typisches Rücksetzerniveau. Das Ganze kann man auch noch so halbwegs zeitlich auffassen. Ideal wäre es, wenn es nicht so schnell ist, also so halbwegs rechts von dieser schrägen Linie, dann wäre das auch etwas langsamer als der Anstieg. Wenn wir das verorten könnten, also ein Rücksetzer bis hier rein und das möglichst wackelig, also eben nicht mit der gleichen Stärke, dann hätte das extrem gute Chancen für nach oben. Warum muss es denn jetzt drehen? Es muss überhaupt nicht jetzt sofort drehen. Ich kann mir vorstellen, dass der Kurs auch noch weiter nach oben geht. Das Problem ist nur, kann ich da jetzt kaufen? Aus meiner Sicht auf diesem Niveau kauft man einfach nicht. Das ist nicht besonders sinnvoll. Wenn ihr kauft, kauft ihr auf einer kleineren Zeitebene, wenn er etwas in, zum Beispiel in dieser Richtung, theoretisch kann ich das gerade lassen. Wenn er sowas macht, dann haben wir ABC. Wenn er jetzt hier drüber geht und wir sagen, naja gut, die starke Bewegungsrichtung, die ABC, dann kann ich hier kaufen. Das Niveau ist vielleicht das gleiche, aber dann habe ich diese Bestätigung nochmal und kann auch sinnvoller und einfacher mit dem Stopp umgehen. Ich habe da viel engere Stoppniveaus. Das heißt, der Trade lohnt sich dann auch. Jetzt hier noch irgendwie long gehen, das klingt nicht gut, insbesondere wenn man nicht so richtig weiß, wo man da den Stopp setzen muss. Und das ist häufig das Problem. Auch viele Zuschauer dieser Videos, nehme ich mal an zumindest mal, sehen sich eher auf der Investmentseite. Man sagt, ich kaufe jetzt hier einfach und da ist es natürlich wichtig, immer richtig zu liegen, denn es gibt nichts Schlimmeres, da oben einzusteigen und dann zuzugucken, dass man auf der falschen Richtung liegt. Als Händler, als Trader sozusagen, ist das für mich gar nicht so notwendig. Für mich ist wichtig, wie ich die Risikoabsicherung mache, weil ich eben weiß, dass keiner die Zukunft sehen kann. Wir wissen doch nicht, was Putin gleich oder morgen oder übermorgen sagt, was die Amerikaner, die Inder, die Chinesen oder sonst irgendjemand dazu sagt oder am Ende sogar die eigene Regierung hier. Also insofern müssen wir uns da eben wappnen, darauf zu reagieren, was der Markt macht und das eben in Abhängigkeit zu dem, was die anderen Marktteilnehmer eben entsprechend tun. Also jetzt einfach zu kaufen ist aus meiner Sicht nicht sinnvoll. Jetzt schon zu shorten ist noch nicht sinnvoll. Wir brauchen erst das Zeichen für Schwäche nach oben. Und im Moment, muss ich sagen, ist die Aufwärtsseite eben noch nicht wirklich schwach. Guckt es euch an, das ist immer noch eine relativ deutliche Bewegungsrichtung auf Tagesebene, sieht das grundsätzlich noch okay aus. Hier sieht das noch grundsätzlich okay aus. Nur im 15-Minuten-Chart haben wir erste Andeutung für die Abwärtsseite. Das ist dieses. Ich mache es noch mal weg. Und die Überlegung jetzt, das, was wir vom gestrigen Hochpunkt hatten nachmittags bis dahin und wenn wir jetzt eben nur dezent hochkommen, nur wackelig hochkommen, eben in diesem klassischen Korrektivmustern, dass wir dann die Abwärtsrichtung noch mal haben. Ganz konkret nehmt ihr einfach diese Zwischentiefs. Nehmen wir mal, es ist eine A, B, C. Dann habt ihr so ein Zwischentief als ein Entry-Trigger für die vorläufige Short-Seite. Das heißt, dass wir uns erst mal hier entfernen. Und jetzt ist das, was viele dann auch nicht so gerne hören, hier wird neu entschieden. Also klassisch ist, dass der Markt dann gerne bis hierhin geht. Das ist auch nicht immer so. Hier hatten wir so eine ähnliche Situation. Da ging es auch wackelig. Da war das nur eine sehr kurze Bewegung. Gut, es wurde, ich mache es mal groß, weil das ist eigentlich ein wichtiger Punkt, auch gerade zur Übung. Also wenn ich dieses Ding sehe, wenn ich dieses A, B, C sehe, dann ist das für mich ein klassischer Short mit dieser Erwartungshaltung. Was ich natürlich in einer Abwärtsbewegung nicht haben will, ist eine starke Aufwärtsbewegung und wackelige Abwärtsbewegung. Das heißt, ich konnte hier theoretisch auf Long gehen. Wenn ich aber hier auf Long gehe, dann kann ich auch jetzt schon sehen, dass ich da mit dem Short nicht mehr landen kann. Das heißt, ich schließe die Position. Das war in dem Fall ein Plus, Minus, Null. Das kann auch manchmal sein oder häufig sein, dass es sogar negativ ist. Ja, das geht ja nicht immer so gut aus. Manchmal läuft es weiter. Habt ihr das, dann habt ihr die wackelige Gegenbewegung und dann läuft das sogar ganz lang. Aber manchmal passt das nicht, dann ist das nicht so lang. Dann ist das sogar negativ. Aber die CRVs, diese Chance-Risiko-Verhältnisse, sind da immer noch ganz gut geeignet. Also beim DAX muss man ganz klar sagen, dass der DAX Index jetzt, da haben wir eine realistische Chance, dass der, wenn er jetzt hier irgendwie korrektiv so in diese Mitte hier hochkommt, irgendwie sowas, einfach die Mitte dieser Bewegungsrichtung, das ist beim Index jetzt ungefähr 14.700, 750, irgendwie sowas, vielleicht nur 800. Aber wichtig ist, wackelig. Da hochkommt, haben wir gute Voraussetzungen, dass das nochmal passiert. Denkt an die Trigger-Geschichten. Und wenn wir dann schon sowieso so halbwegs unterwegs sind, das vielleicht sogar ausgedehnter wird, dann wird sogar dieses Bild gar nicht so unrealistisch. Was im Großen noch kein Ende des Bullenmarktes sein muss. Überhaupt nicht. Sondern erst mal eine Korrektur nach diesem Anstieg, was durchaus typisch und normal wäre. Also es gibt noch keinen Grund, richtig im Großen zu verzagen. Nur wer sagt, das will ich nicht aussitzen, da will ich nicht so lange warten, der sollte hier überlegen zu shorten oder Gewinne mitzunehmen von der longen Seite, wer hier vorher schon long war. Wer sagt, das sitze ich aus, ist mir völlig wurscht und wenn es dann weiter runter fällt, habe ich immer noch einen kleinen Gewinn, ist für mich auch in Ordnung. Der kann natürlich auch sagen, geht mich gar nichts an. Wenn es so kommt, wie das hier vorgeschlagen ist, dann wäre ja die Erwartungshaltung sowieso bullisch und dann muss ich hier halt das Ding abwarten. Ob abwarten besser ist oder bewegen? Bewegen ist sicherlich besser, was die Genauigkeit am Markt angeht. Aber es ist natürlich arbeitsaufwendiger und das ist nicht jedermanns Sache. Und deshalb ist es nachvollziehbar, dass einige sagen, ich will doch bitte nicht jetzt mehrmals hier pro Woche drauf gucken oder pro Tag, pro Stunde, pro Minute drauf gucken müssen. Das könnt ihr ja entscheiden, welcher Zeitrahmen für euch der richtige ist. Erwartet aber dann auch, dass ihr gegebenenfalls nicht optimal an den Stellen rauskommt, aber im Groben dann eben, dass dann passend ist. So bei den Amerikanern ist das Bild ein bisschen anders, denn so richtig die starke Abwärtsseite, hier haben wir zwar so einen kleinen Rücksetzer hier, wenn ich mir das angucke, aber irgendwie hat man den Eindruck, dass noch die starke Seite aufwärts ist und die schwache Seite eher abwärts. Wenn ich mir das mal so angucke. S&P, ja, das ist hier der Marktbreite S&P 500. Die Abwärtsseite sieht noch nicht schwach, Entschuldigung, noch nicht stark aus, sondern sie sieht schwach aus. Das sind alles Indizien dafür, dass der Markt ganz gute Chancen hat, dass es noch mal wieder nach oben geht. Allerdings sollte er dann auch irgendwelche Zwischenhochs jetzt hier mal noch triggern. Hier hatte er das, allerdings ist er hier sehr wackelig hochgegangen. Das ist nicht wirklich einladend, aber na gut. Also noch besteht die Chance hierfür aufwärts. Allerdings für alle Intraday-Händler, das ist immer ein Warnzeichen für Shorts, wenn ihr so eine starke Bewegung seht. Achtet hier auf die wackelige Geschichte, um danach noch mal eine Fortsetzung zu sehen. Insgesamt beim Nasdaq Future jetzt hier in dem Fall ist es ähnlich wie beim DAX. So ein Rücksetzer wäre eigentlich herzallerliebst. Ich weiß, das finden viele doof, aber es ist sogar aus bullischer Sicht sogar klasse, wenn er da runterkommt. Denn dann hätten wir eigentlich das, was wir hier haben, da hinten noch mal zu erwarten und vielleicht ja sogar noch mehr als das. Das wären ja durchaus die typischen Verhaltensmuster, dass er eben das Gleiche da hinten noch mal dran setzt. Also die Aussichten aktuell sehr weit gestiegen. Erwartungshaltung, dass wir jetzt irgendwann mal eine Abwärtsbewegung bekommen. Die kündige ich schon seit Tagen an. Solange sie nicht kommt, brauche ich nicht Short zu gehen. Was soll ich hier Short gehen? Also bitte nicht, nur weil ich sage, jetzt irgendwann kommt das mal, gehe ich Short. Er kann auch noch fünf Tage weiterklettern, noch zehn, zur Not auch 20 Tage weiterklettern. Nur egal, ob hier oder ob da oben. dieser Rücksetzer wird kommen. Also dieser Rücksetzer wird kommen. Egal, ob der da oben stattfindet oder ob er tatsächlich dann hier jetzt ab der nächsten Minute beginnt. Ich weiß nicht, wann er ist, aber er wird auffällig genug sein, insbesondere wenn er so aussieht, um dann zu sagen, korrektiver Rücksetzer, Fortsetzung noch mal nach oben. Also ihr seht, das ist alles gar kein Hexenwerk von der Erkenntnis. Das Gleiche gilt im kurzfristigen. Bleiben wir ganz kurz im Fünf-Minuten-Chart, um das Ganze abzuschließen für die Nachmittagshändler. Zumindest mal die letzte dynamische Bewegung ist abwärts. Aufwärts war ganz klar nicht dynamisch, sieht ganz klar korrektiv aus. Viele Gegenbewegungen, die überschneiden. Ihr seht das hier. Das ist wackelig. Daran kann man schon mal so ungefähr abschätzen, wovor läufe ich nicht die richtige Richtung? Achtet immer darauf. Habt ihr eine starke und eine ABC-Gegenbewegung ist sehr häufig, dass das, was ihr da habt, hinten noch mal passiert. Das ist nicht immer so, bietet aber in Verbindung mit den Chance-Risiko-Verhältnissen wunderbare Trading-Gelegenheiten. Rechnet damit, dass vielleicht nur jede zweite gut geht, dieser Art. Aber ihr verdient ja auch deutlich mehr mit so einer Idee, als ihr riskiert. Selbst wenn ihr einmal richtig, einmal falsch liegt, habt ihr immer noch einen deutlichen Gewinnüberschuss. Also rechnet nicht damit, dass jeder Trade positiv wird. Das ist nicht die Aufgabe eines Händlers, auch wenn es der Wunsch ist, nee, nee, macht doch bitte, dass es nie Verluste macht. Wäre schön, dann könnte man bei jedem Trade All-In gehen. Volles Risiko, weil ich weiß, ich kann nicht falsch liegen. Hat nur leider mehr was von Hollywood, aber nichts von der Realität. Insofern nicht wirklich eine Empfehlung. Tipp für heute Nachmittag, nach diesem Abwärtsschub hier jetzt. Achtet mal, ob ihr eine ABC hier bekommt oder alternativ auch mehrfach wackelnd, aber irgendwie was doof aussieht nach oben, wo man sagt, naja, stark sieht das nicht aus. Das Ganze wird konterkariert, wenn es so aussähe. Ja, dann ist das die Aufwärtsseite eher wieder. Aber solange es jetzt nur wackelig irgendwann hochkommt, ab sofort oder irgendwann im Laufe des späteren Nachmittags, habt ihr die besseren Lacher auf der Seite, wenn ihr dann euch nochmal short orientiert. Im kurzen Bild zumindest jetzt mal. Soweit die aktuelle Einschätzung zum aktuellen Chart. Das vielleicht mal so als Hinweis, worauf ihr selber auch ein bisschen achten könnt, wenn ihr Spaß dran habt. Ansonsten euch jetzt erstmal eine gute Zeit. Liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.